Da kommt Postkuss Deutsch rein und so ist... Ok, ich komm gleich wieder Ok, ich komm gleich wieder Ja, ok, ok Ok, Gamer Bricks Hallo Hallo hier Herzlich willkommen zum neuen Video Bei Grey Monkeys Und... Keine Ahnung was Das schmied mir Hallöchen Matthias Matthias Testing Hallo Hallöchen Zority show Sä YuksiHmi 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 Oh, wer schaut zu? Schreibt da irgendwas. Can you guys type something in the chat please? Hello! 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 Here see me, David. The maker here is no none. Here see me, David. The maker here is no none. The maker here is no none. The maker here is no none. Here is no none. Here is no none. Here is no none. Gamer Brick, schaust du die Streamer? Nein, ich schreue gerade nicht an, weil ich mache gerade selber ein Video. Nein, ich schreue gerade nicht an, weil ich mache gerade selber ein Video. Ist es egal, ob man die hat? Das ist mir eigentlich egal. Das ist mir eigentlich egal. Hier ist Nimi, hast du ein Headset? Hier ist Nimi, hast du ein Headset? Ich glaube, er holt kein Headset. Ich glaube auch nicht. Hey, jemand anders schaut meinen Streamer, oder ich weiß nicht wer. Ich glaube, das ist der Hirsi Nimi. Das kann sein. Er muss nur sein Headset entwieren. Ich weiß nicht, was das heißt. Ach so, ja, weil sein Headset ist ja halt viel auseinander. Ich muss schlafen. Ich weiß nicht, was die Welt ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hab ein, was das ist. Du bist immer mal. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, wo landen wir? Wir können da hinten nach. Frau, wie ist, ehrlich gesagt, egal. Wir können da auch landen. Ja. Aber, oder, oder gehen wir da hinten. Müssen wir auf Matthias warten. Also auf hier sie mich. Okay. Hop, hop, hier sie mich. Hop, hop. Hop, hop, hier sie mich. Hop, hop. Hop, hop, hier sie mich. Hop, hop. Ein Gott sind auf viele Feige. Danke. Okay, ich weiß nicht, bei welchem Haus... Ich weiß nicht, bei welchem Haus ich landen soll. Ich habe eine Pistol! Aus meiner Lobby, du Kacke. Okay, ich glaube, der war nicht so schlau, aber egal. Oh mein Gott, das lädt. Ja, ich glaube, komplett ausgestellt. Verstehe ich nicht, ob ich vor Ort bin. Ja, ich bin schon. Ich bin schon. Ja, ich bin schon. Ja. Ja, ich bin schon. das muss ich ausprobieren auch probieren ich hätte mich jetzt besser ja aber aber irgendwie irgendwie ist das bisschen laut so gerade bisschen dann muss es leise stellen nein es geht eh vorher hast du so geredet so richtig als würde man so richtig schreien aber jetzt geht's ich habe so alles so laut gestellt dass ich mich selbst nicht höre deswegen schreit gerade hier sehen wir hallo hier sehen wir ich glaube irgendwie er hat keinen bock mehr zu reden höh entweder seines switches leer oder irgendwas ist er falsch weil er ist afk und redet nicht das ist komisch ich glaube es ist wichtig ist leer juli und wo du auch er wird sie müssen dort sind johann nicht mehr wo ich bin jetzt du gegen trios das war ein geworfen jetzt ist es ja hier sind was ist auch leicht passiert ich muss raus so jetzt da das war uns der ist noch kaum mit ins Leben er kennt sich nicht nur so ist Lama Jürgen die können bleiben so und zu diesen Zornen durchs Leben der die Sohn vorhergesagt wird 3 E-Mail ich hab schon eins so ebenso muss dieser komische boss sein das ist lecker geschmeckt er ist aber eh voll schlecht da um ist das neue hieldings warte bleib stehen ich habe ich für dich ja dann musst du das nicht verbrauchen ach so du hast schon und wurde natürlich nicht ist ich so habe ich schon ich gehe mal zu der jacht ja in der vorhergesagten sohn sogar es geht zur jacht ich will schauen was da für Blut gibt ekele da rein werden so die größten Schwitzer drin sein aber ist ja egal ich gehe schon mal zu Ressort aber da gibt es einen Ressort ja Jovo so da unten wenn ich ehrlich bin ich bin noch nie über dieser Yacht gelandet oh mein gott ok warte ich tue noch alles so ich kann es voll Boxen voll Bisschen ich brauche Sniper Munition 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 bin ich da hingeklischt ich glaube ich ich bin zu dumm dafür da nach oben zu kommen ich habe es geschafft oder doch nicht ist mein freundlich wo die schon kommt schnell weg da ich muss da nach oben ich muss mal irgendwann diese aufgabe schaffen wo man 150 solche Punkte beim Motorrad braucht es gibt junge wer hat sich da schon nach oben gebaut ich hier sind die wochen brauchst du auch endlich finden die sich und gar keine gegner ist los Los ähm, Ding. Los weiter, da einig, weil das ist die nächste vorhergesagte Zone. You see me. Mir ist nur eigentlich bis vorher, gell. Peter Griff ist noch nicht... Oh Gott. Peter Griff ist einfach der beste Boss ever. Warte, ich geh zu denen, die die Medaille haben. Weil die sind da vorne irgendwo. Ich glaub, die gehen auf Blood Island. Bei mir, bei mir ist einer. Not? Locked? Ich glaub, die hat einfach verlassen. Ich glaub, die hat einfach verlassen. Warte, da kommt ein Auto. Ah! Jungheit, du fährst mich sicher nicht. Oh Mann. Easy kill. Ich sag auch besser als Slapper. Ja, okay. Ja. Da würde ich gerade werden gekillt. So hinten. Ey, äh, hier ist mir, hier ist mir. Flopper für mich. Halt dich zu früh. Ah! Ah! Ich gehe ja nicht. War ganz Locked? Locked. ein noch flotter flotter ich bin jetzt für vier hat mir ein medikett oder eben auch einschlägt Bitte lasst mir auch noch ein paar Kells übrig, ich hab noch zwei. Hier fünf jetzt. Jona, du gehst aus der Zone raus, gell? Ah ja? Aber ich geh zu den Medaillen. Na los die, los die uns pushen. Okay. Ich glaub andersrum zu schließen, das ist schlauer, aber egal. Weil da muss man halt äh, oder so mal in die Stimmung auf zwei. Ich geh direkt zur nächsten Sohn. Ich geh dann gleich da unten bleiben, weil da ist dann eh gleich in die Zone, die nächste Zone. Los einfach pushen. Wo ist der Sniper? Ja, ich hab einer. Ja, wir können den Sniper. Ja, ich hab einer. Wir können den mit dem Sniper. Ja, wir können you ja nicht auf die Linie laufen, genau. Ja, warum kommt die Sons-Sons? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Weil, wir sind halt noch erst in die Zone, in die Kreise, die Kreise, und dann wird da wahrscheinlich noch immer bis daher kommen, und da ist man mal gleich, die nächste Zone. Da kommt wer mit die Medaille. Braucht die Map. Ja, auto, auto. Den holen wir uns. Ja, okay, er hat den. Na, der holt den nicht. Ah, automatisch für euch. Na, der würde die nehmen. Ich hab an ihn. Hab an. Mein Gott. Endlich hab ich wieder mal ein Kill. Schau mal, das passiert mal. Uns sollten wir das nicht machen. Da ist noch die Keycard. Da. Die Papp. Oh mein Gott, der Stelle war die Papp. Was schießt du hier? Warum schießt du auf mich? Ey, Jona. Jona. Ich will, eh, als nicht Jona. Äh, ich will, äh, ich will. Ey, los, Resort. Los, go. Los, go. Ja. Der hatte zwei Medaillen. Oh, die Rache. Da hat er immer. So war es. Ja, die haben die Diamante und Slowpies. Aber ehrlich. Jetzt sind wir ehrlich. hier sie mich geht geht die headset not und das geht immer noch was zum trinken ich komme dabei jetzt in zwei Sekunden